Lebt, lebt, oder? So, ich geb das mal ab, nicht den Kindern. Ihr könnt... Nee, komm, ich zähl. Ich geb mal hier so... Wo ist denn hier eine vernünftige Ecke? Ja, klar. Nein, ich geb mal hier nicht. Also, Rotköppchen könnt ihr ruhig... Die Elternteile dürfen das. Ja, ist ja auch Mann. Ja, ist eine Schweinerei. Zander macht nur Schweine. Aber es macht mir richtig Spaß, wenn das Glas so nicht... mit meinem Pappbecher und jeder Psychologe sagt, Herr Zander, das machen Sie richtig. Das muss mal knallen. Es war ein toller Abend und... Ich meine, es hat mir... Es hat mir... Nee, das... Das... Ja, so und jetzt, glaube ich, sind wir am Ende. Ich habe die Fresse voll. Nee, es kommt noch ein Song. Und hinter mir müsste... Ach, Blutz. Du bist schon längst da, hm? Aber was du hier angerichtet hast, wie soll das gehen hier, meine Frau? Ich weiß nicht. Das ist wirklich scheiße. Also an dieser Stelle, meine Damen und Herren, wir müssen erst mal die Bühne umbauen. Wir müssen erst mal wischen. Das Finale verschiebt sich um weitere drei Stunden. Okay. Ich meine, wenn jetzt Ballett kommt, ziehe ich das allen aber so. Okay. Wir sagen an dieser Stelle zunächst Dankeschön an Frank Zander! Hey! Ich mache das gerne. Ja, er hat heute wieder alles gegeben. Er fühlt sich wohl hier bei uns. Ja, meine Stimme war nicht so wie... Aber ich fühle mich verdammt wohl. Und das sind diese Kinnepits oder diese Getränke. Die haben mich... Umgeauft. Okay. Frank, du gehst jetzt nochmal da hin. Ich geh nochmal da hin. Und dann holen wir dich irgendwann wieder raus in drei Stunden. Okay? Und so lange werde ich jetzt das Finale machen und immer wieder dieselben Leute vorstellen. Genau. Bis die drei Stunden um sind. Dankeschön, Frank Zander! Ja! Ja!